Es gibt beim Herold sehr viele Benefits. Einen Benefit möchte ich besonders hervorheben, was ich selber auch gerne nütze, das ist zum Beispiel der Firmenbus. Das finde ich schon eine wahnsinnig tolle Möglichkeit für Pendler. Was wir von der Firma zur Verfügung kriegen sind, auf jeden Fall mein Auto, Laptop, Handy, alles was wir für die Arbeit brauchen, was nötig ist, Informationen vor allem auch für Produktschulungen. Sonst ist einfach Herold auch mit der Kantine gut ausgestattet. Das ist sehr fein, weil man sich auch dazwischen einmal schnell was zum Essen holen kann, eine kleine Stärkung holen kann. Unser Koffeekorn ist sehr beliebt. Also ich teile mir meine Arbeitszeiten relativ frei. Wir haben ein Gleitzeitmodell für alle Mitarbeiter. Wir haben als Serviceabteilung gewisse Zeiten, die wir abdecken müssen, aber auch da können wir das als Team im Konsens eigentlich gut regeln. Durch die flexiblen Arbeitszeitmodelle auch und durch die Gleitzeit und durch den Firmenbus ist es einfach möglich, dass man relativ schnell wieder in der Stadt ist. Das heißt, ich kann meinen Sport, meine Hobbys, meine Freizeitaktivitäten super mit dem Job vereinen. Wir haben ein Großraumbüro, das aber in Abteilungenbereichen abgeteilt ist. Das heißt, jede Abteilung sitzt im Team zusammen. Grundsätzlich ist das im Haus so, dass erstens wir alle per Du sind und zweitens man die Hierarchien in den allermeisten Fällen nicht spürt. 1